Und dann mache ich mal so und sage dann Güterbahnhof 3 Gleisig oder sollen wir gleich wirklich auf 4 Gleisig vielleicht gehen. Ich könnte sogar hier drüben noch einen zweiten Straßenanschluss machen. Ach das geht nicht? Okay. Okay, dann müssten wir aber grundsätzlich etwas umbauen dann. Ich würde hier einmal von hinten anfangen. So, okay, der hat hier umgedreht. Die stehen da noch alle drin. Du hast hier auch umgedreht. So, wie machen wir das jetzt? Okay, der ist jetzt wieder einfach da zurückgegangen. Geht natürlich auch. Okay, das ist jetzt einfach mal so angeschlossen. So, und im Moment müssen wir dann noch sagen, geh hier rüber. So, und hier im Grunde das gleiche. So. Das sollte schon keinen Zug blockieren, oder? Dann machen wir es eben so. Zack, zack, zack. Oh, das war falsch. Zack und zack. Machen wir hier ein Einfahrtssignal hin. Da ist schon eins, da ist auch eins. Dann müssen wir die Linien noch mit einplanen. Schließen. So, das ist sicher eins, das geht dann bitte hier drauf. Schließen. Dann, Stahl sollte die längere Leitung haben. Das heißt, Stahl geht bitte hier drauf und du bist da drauf. So. Jetzt hoffen wir mal, das funktioniert so alles. Du hast nochmal gewendet. Das heißt, du hast aufgewendet. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier oben... ... ach, das wird zu weit, aber das geht noch. Das wird gerade so gehen. Okay, ne, dann lass ich es doch lieber so. Moment, Moment, was ist hier? Oh, scheiße. Der ist auf dem falschen Gleis. Scheiße. Und äh... Ich tue mir hier auch Steigung zu groß. Was für eine Steigung? Oh, was denn für eine Steigung? Ehe. Oh. Oh. Einmal wenden und fahren. Oh. Danke. Es muss aber noch einmal so angeschlossen werden und einmal... so ... Wo ist denn jetzt mein anderer Zug? Oh, jetzt sind die alle so dicht aufeinander. Ja, gut. Dann halten wir wenig Abstand. Beobachten wir das mal. Die Kohle läuft leer. Was? Nein? Warum haben wir denn die Linien jetzt nicht mehr? Potenzial Null? Äh, hallo? 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 Warum haben wir da nichts mehr? Warum haben wir da nichts mehr? Ja. Oh nein, das haut uns jetzt hier alles rein. Ich glaube, das sollten wir auch mal über eine Zugverbindung nachdenken. Ja. Es ist so Canyon und D снимt so Century. Jetzt kriegen wir zwei neue Diesel-Logs dazu. Okay, das macht immer nur Minus, jetzt machen wir alles nur das Sichtbare weg. Wir haben die Linie wieder, oder? Ja, sehr schön. Sollte man vielleicht echt mal, hm, wie verbaut man denn hier? Wäre wohl eine andere Frage. Ich könnte den hier etwas hochsetzen. Und dann hier Tal abwärts und dann hier rein. Lass mich mal kurz auf die Zeit schauen, okay, da fangen wir mal noch schnell an. Da platziere ich jetzt aber erstmal hier hinten das neue Depot. Dazu muss ich aber das hier leider abreißen. So, dann geht die Linie da drauf. Sehr schön. Und dann könnten wir hier sagen, den Bahnhof von hier. So, dann müssen wir nochmal noch schnell angleichen hier, das sieht ja furchtbar aus. Oh. Hier würde ich dann eine kurze Strecke gerade machen. Einfach wegen der X-Weiche, damit die einfach gut aussieht. Hallo? Danke. So, hier. Zack, zack. Machen wir hier unsere Weiche rein. Wir könnten ja dann eigentlich hier schon runtergehen. Ähm. Wie machen wir das? Ähm. Wie machen wir das? Oh. Warum ich jetzt hier schnell Gleise mache? Äh. Gleicher Grund wie im Livestream immer. Ich kann es dann nochmal kurz auch hier im Display zeigen. Ich habe jetzt hier mit der, eigentlich ja mit der langsameren Gleisauswahl würde ich jetzt hier zum Beispiel eine Kurve machen mit 80. Und ich würde dann den Radius verlassen und würde dann hier die Hochgeschwindigkeitsgleise nehmen. Kann der Zug 96 fahren. Ist ja eigentlich der gleiche Radius. Aber da ja das Gleis schneller ist, äh, macht halt das Spiel, ähm, die Kurve auch schneller. Weshalb ich jetzt hier, wenn ich hier 80 mache, einen kleineren Radius habe. Das war auch jetzt hier der Grund. Da müsste man eigentlich sogar, wir könnten es aber auch natürlich so machen. Und dann hier zack rüber. Was? Hä, das geht mir wieder irgendwie nicht. Boah. Machen wir hier eine richtige Strecke da raus. Machen wir hier die Straße wieder hin. Natürlich ist die Steigung zu groß. Natürlich ist nochmal die Steigung zu groß. Welche Steigung denn? Das Spiel ist so lachhaft. So. Gut. Ja. Dann geht's hier mit. Eigentlich würde ich ja gerne hier mit 120 Sachen reingehen. Und raus zu, äh, raus zu, äh, raus zu würde ich dann sagen, okay, 100 ist, äh, auch ausreichend. Ah, jetzt müssen wir hier wieder das parallel gleich anlegen. Damit wir hier die gleiche Höhe haben. So. Und dann machen wir mal so. So. Das Signal haben wir schon. Dann brauchen wir hier ein Einfahrsignal. Hier ebenfalls. Und dann machen wir hier und hier noch einen Block. Ah, das ist natürlich die falsche Seite. So. Die Linie können wir noch schnell erstellen. Nach hier oben. Und zwar nach da. Und das ist dann Kohle, wie hat's bislang geheißen? Getreidekohle Dornsburg. So. Da habe ich jetzt kein Depot, der da zugreift. Natürlich die Steigung. Dann setzen wir hier eben nochmal ein Depot. Wo, was packen wir dann da drauf? 140. 4.000 PS. 90. Was bringen die? Das sind die dann eigentlich noch wirklich am lukrativsten. Nehmen wir halt wieder die, da wird dann Kohle abtransportiert. 5, 6, 7, 8. Und dann, na das ist halt ne 90er Bremse. Und wenn wir das hinten dran hängen, sind wir bei 100, was ist jetzt besser, schneller oder mehr? Ich würde eher auf schneller gehen. Ja, und dann würde ich mich hier dann verabschieden. Wir haben jetzt hier den neuen Sub drauf noch. So, der hat dann 4000 PS. Das wäre halt die Überlegung gewesen. Der macht 57. Das wären 1,35. Dann wären wir hier besser mit gewesen. Ja, kann ich mir dann auch mal überlegen. Die Beschleunigung ist ja echt klammabel schlecht. Jetzt ist halt die Frage, werden die Kilo Newton zusammengezählt? Weil dann hätte die ja eigentlich 400. Das heißt, eigentlich müsste der Zug ziemlich gut abgehen. Naja, gut. Wir werden dann das Resultat in der nächsten Folge sehen. Und hier mit der Einfahrt würde ich mich dann für diese Folge verabschieden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und wenn ihr euch das Ganze hier gefällt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwelche Fragen zum Spiel habt. Und ihr die Tipps und Tricks Serie noch nicht kennt, dann schaut da mal vorbei. Da habe ich schon ein paar Videos hochgeladen für die Leute, die neu in Transportfever sind. Und wer die Serie noch nicht kennt, aber hier das Let's Play anschaut. Wir werden dann nächstes Mal dann die Welt weiter optimieren. Und dann natürlich hier den Umbau vervollständigen. Aber bis dahin einen schönen Resttag. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.